Ich will ja nicht nur dem Skifahrer die schnellste sein, sondern auch anstehen. Das heisst, ich habe hier noch einen guten Tipp mit der Ski-Card. Bei den meisten Jacken hat es am Ärmel einen Sack, der extra für die Ski-Card ist. Am besten könnt ihr sie dort rein, wenn ihr das nicht habt, auf die linken Seite der Jacke. Und alle Gegenstände wie ein Nattel und so am besten auf die andere Seite, damit man die Ski-Card am schnellsten entdeckt und ihr sehr zügig auf dem Lift seht. Die Ski-Card